Just another, you were just a lover, I can't bear for you to leave, it could be so simple, I could be so true. Einen wunderschönen guten Tag hier in der Kölner City. Mit dem lieben Manuel. Guten Tag, liebe Freunde. Guten Tag, wir gehen gerade, wenn ihr es nicht mehr erkennen könnt, hier ist ein großer Bauhaus und dort ist der Big Music Store. Da gehen wir jetzt gleich hin und für Manuel schauen wir kurz etwas nach, weil er sich einen Mischput kaufen möchte. Ich habe ihn gestern noch ein bisschen beraten und er hat auch ein paar Freunde gefragt und sowas und dann ist uns halt die Idee gekommen, dass wir mal schön zum Music Store heute gehen können und dann einfach mal schauen. Ich werde wahrscheinlich mal gucken, ob ich vielleicht für die spätere Zeit mal ein neues Mikrofon besorgen kann irgendwie, weil ich schaue mich erstmal ein bisschen um, ein paar Gitarren mal gucken und sowas und dann sehen wir uns gleich wieder. Das ist ein bisschen größer, hat mehr Kanäle, oder? Weiß ich gerade nicht. Ne, das hat hier noch Chin-Stecker. Also das gute Stück hier für 94 Euro. Waren in der Wahl und dann von Yamaha dahinten. Aber ich glaube, wir gehen hier auf Beringer. Ist ein bisschen kompakter. Aber krass, die haben echt hier umgeräumt. Weil damals, wo ich hier immer war, alles war voll, ganze Schränke, ganze Licht und sowas. Aber jetzt ist gar nichts mehr. Also, ich war in dem Laden noch nie drin, aber schon. Also denkst du, Beringer ist gut? Ja, ja. Ja, ja. Aber hier ist das 802. Aber du hast dir das ja zurücklegen lassen und so. Ja. Können wir gleich mal fragen. Simon, ich denke an dich. Dein Abteil hier. Gretz, Dewey, alles ist hier. Bloß irgendwie kein Fame. Ich habe kein Fame gesehen, Simon. Ich weiß nicht, du kennst dich ein bisschen damit aus. Ne, absolut gar nicht. Absolut. Null Ahnung. Absolut null Ahnung. Man, da kommt es schon, als wäre es so eine Kartoffel in Ketchup. Ist doch lecker. Ne. Alle Kartoffeln sind schlecht. Als ob du keine Kartoffeln magst. Kartoffeln mit Tzatziki, okay, mit Tzatziki geht klar. Kartoffeln sind gut. Kartoffeln sind gut. Das ist geil. Ist du okay? Ja, ist der gegart. Musik 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 Ja, das war's auch schon. Was ich mir als nächstes Mikrofon kaufen möchte ist... Wo ist denn das? Das wird auch ganz gut sein. RL20 übertreibt direkt. Das ist krass. Aber ich möchte mir eigentlich das Rode Broadcast heißt das glaube ich irgendwie. Ach so. Oder sowas. Aber XLR Stecker, das gibt es einmal in USB und einmal in XLR. Ich finde das eher als RL20 irgendwie voll übertrieben. Voll teuer. Ich glaube 32 oder 400. Die haben wirklich alles in Musik so umgeräumt. Also außer unten bei den Gedanken glaube ich. Das hier hat der lieber Simon. Da ist das Mikrofon. Die Dinger hier sind halt auch heftig. Das ist halt mit gutem Schalter auf jeden Fall. Mit Schalter sind die auch gut. Die dann müssen wir da. Hallo? Das ist ja mega Bass. Das ist jetzt mein Mikrofon. Also man hört echt Nebenberäuche. Ja. Habe ich auch. Total hart. Ja. Deswegen müsste ich mir auch das Pro oder Podcast. Ich weiß gar nicht mehr was. Podcast. Weil das ist nochmal ein bisschen Rausch-Armer. Und äh. Und die ganzen anderen Sachen. Alter. Hört mal Rauschen. Ja? Alter. Was ist das für ein Rauschen? Ja mal direkt zwischen. Ich glaube du musst auf B schalten. Ja. Ja genau. Ja genau. Hast du schon? Nein. Jetzt ist es weg. Hallo. Alter hört sich das komisch an. Ich habe gerade eine Mitarbeiterin gefilmt. Hallo. Ich habe gerade eine Mitarbeiterin gefilmt. Ich habe gerade eine Mitarbeiterin gefilmt. Das ist jetzt auch nochmal ein AKG oder sowas. Oh das war schön. Also was mir jetzt am besten gefallen hat ist wirklich irgendwie so ein Roder. Ne warte. Machen wir nochmal die 1. Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen hier wieder zur anderen Technik. Hey Alter das ist richtig basse. Muss mal ausprobieren. Willst du mal ausprobieren? Probier mal die erste aus. Voll krass. Hast du noch eingeschaltet ja ne? Einen wunderschönen guten Tag. Ja gut. Voll baslässig aber. Ja. Gefällt mir aber eigentlich. Ja. Man hört auf jeden Fall eine klare Stimme raus. Sehr klar sogar. Ja? Ich höre jetzt ein wenigstens weiter weg zu sprechen. Was ist die eigentliche? Das ist klar nichts mehr direkt drauf. Okay. TLM 102er. Die sind übel heftig. Ach ne TLM 103. Neumann Berlin oder wie die heißen. Ich kann den Namen machen. Die sind aber sowas von geil. Das ist TLM 3. Das ist so absolut geil vom Sound her. Ich wollte aber nochmal das testen. Ja. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Hä? Ja? Man hört gar nicht gut. Hä? Nein. Hä? Hallo, hallo. Ich hab halt auch überlegt, mir diese komischen Dinger da zu holen in weiß. Damit das auch für diese komische verkrüppeltere Windzeit beleuchten kann. Aber ja gut, freundlich bin ich drauf. Tschüss. Irgendwie muss ich mir sowas auch mal anbesorgen, weil das ist einfach viel besser. Ich hab's schon mal im Internet geguckt, aber ich weiß nicht. Da gibt's so viele Sachen. Ich hab's heute Morgen angerufen und mir ein paar Sachen zurücklegen lassen auf den Namen. Hm? Kann ab und zur Kasse gehen den Namen sagen und gehst ja ab und schein lassen. Äh, was find ich denn Kasse? Daru, Kasse, Daru. Achso. Ja, klar. Ich hab's mir auf den Namen und ein paar Sachen zurücklegen lassen. Äh, richtig. 94,90. 94? 90. In Etta. Einmal abholzahlen. Danke, ciao. Jetzt heißt es warten. Wie ein Autos heißt? Kann nicht. So, Manuel hat jetzt seinen Risspult bekommen. Auf gemüsamer Weise. Hier sieht man's. Mal schauen, ob das Teil was taugt. Was denkst du? Ich denk schon. Also man muss es halt ausprobieren. Manuel möchte das nämlich von seinem Controller, also die ganzen Sounds, dass er die nur hört. Also vom Kopfhörer her und trotzdem noch seinen Sound für Livestreams und sowas. Ne? Benutzen. Also die Sache ist halt, ich benutze eine Elgato. Und die Elgato hat einen verzögerten Ton und ein verzögertes Bild. Bedeutet aber für die Zuschauer im Livestream, die bekommen das alles synchron, aber ich kann auf diesem Bild nicht spielen. Bedeutet, ich muss auf meinem anderen Monitor, wo die Xbox direkt dran angeschlossen ist, drauf gucken zum Spielen. Bedeutet aber auch, dass ich dann keinen Ton habe und einen synchronen Ton brauche. In Etta. Ich muss mir auf jeden Fall schreiben, ob es geklappt hat. Wir gehen jetzt zum Motorradladen, wenn der überhaupt offen ist. Hier da rechts ist das nämlich direkt Stute Hengste Köln, kann ich nur empfehlen. Wenn ich rumfällt, bin ich absolut tot. Ja, kostet nur 15 Euro. 970 Euro. Hast Dreck in der Tasche. Aber mein Motorrad, was ich mir wahrscheinlich holen möchte, haben die nicht hier. Oder vielleicht ist das so ein Lager, das können wir gleich mal gucken von mir aus. Oder ich hol mir halt die alte Duke. Ähm, sie kennen mich nicht. Ähm. Was ist das mit dem Hörer? Nein. Äh, wo bist du hin, Alter? Äh, wo bist du jetzt hin? Äh, wo ist der jetzt hin? Äh, wo ist der hingegangen? Äh, da! Äh, ey, was? Äh, wo warst du? Äh, wo warst du? Äh, da hat der Platte gehört hier, ne? Ja. Ich hab da nur so ein Geräusch gehört. Äh, ich hab ihn gar nicht gesehen. Äh, ich hab ihn gar nicht gesehen. Äh, ich hab ihn gar nicht gesehen. Kein süß. So, der liebe Manuel ist jetzt auch wieder weg. Ähm, war echt schön mit dir. Nur mal viele Grüße an dich. Sein Kanal ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Und für mich geht's jetzt ab zum Körner Bahnhof. Wieder nach Hause. Okay. Bye. Oh, oh, oh. That's okay. Ja, you okay? Bye. Bye. I love you. Bye. Bis zum nächsten Mal.